So, weiter geht's mit dem Tempel des Elementaren Bösen, mit eurem Pongo. Also, viel Spaß. Und wir laden den Spielstand. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen vorher rumprobiert. Hier war aber der Stand, wo wir uns durchgekämpft hatten. Das hatte ich gemacht, um euch nicht zu langweilen, indem ich es außerhalb des Videos durchgespielt habe. Und wir haben lauter Nahkämpfer rausgelockt. Dann, weil die Bogenschützen ja nicht nachgerückt sind, sind wir vorsichtig um die Ecke gegangen und haben die Bogenschützen einzeln niedergemacht. Uns dann wieder zurückgezogen, um nicht dem konzentrierten Feuer ausgesetzt zu sein. Und jetzt haben wir eigentlich hier nur noch diese beiden Kandidaten. Und die sind so friedlich. Jetzt plötzlich, die müssten wir jetzt eigentlich aus der Reserve locken. Hm. Dann, wollen wir das mal versuchen, ähm, mit, ähm, wer kann denn sowas Schönes? Hier, der Bade, der kann doch sowas. Furcht auslösen. Jawohl. Na gut. Das hat ja mal ganz prima geklappt. Äh. Der Bart ist jetzt nicht mehr dran. Ich will rentieren, weil es näher ist. Da fehlt ihn natürlich. Ja, ganz toll. Okay. Hat der eine Reichweite. Habt ihr das gesehen? Mit seiner, seinem Speer hier über diesen ganzen Abstand? Okay. Der hat den umgehauen. Der schießt auf den. Okay. Okay. So, und das war's schon mal. So, ehe wir hier jetzt den ganzen Loot einsammeln, wollen wir aber mal in Position gehen, für das Spektakel, was gleich passiert. So, und wer ist er? Ach so, das ist unser Bade, jawohl. Der rückt ein bisschen mit ran. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir es speichern, nicht, dass es daneben geht. Na ja, wir haben keinen passenden Spielstand also. Doch hier haben wir doch den, nehmen wir den. Und jetzt, äh, gehen die hier rein? Beiden Nahkämpfer? Und der Hexenmeister eröffnet den Tanz. So, wer ist denn jetzt dran? Er schießt. Er haut. Leider daneben. Er segnet. Erstmal. Den hat er leider nicht erwischt, weil er ein bisschen außer der Blickweite war. Äh, aber gut. Jetzt ist er dran. Yes. Das ist alles nichts Richtiges. Er kann noch was machen. Er kann hier reinlaufen. All right. Und Baden Lieder singen. All right. Okay. Der braucht die komischerweise nicht in Sichtweite zu haben. Na gut. Dann was macht der? Ui, 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 ui. Und jetzt kommt... ...natürlich... Will do. Yes, sir. Das magische Geschoss. Und er kann noch mal schießen. Das ist aber ungewöhnlich. Kann er denn jetzt noch ein magisches Geschoss? Nee. Aber er kann offensichtlich noch mal schießen. Yes, sir. Nein. Will er nicht. Okay. Wurde angezeigt. Wollte er aber nicht. I'm off. Right away. Und er... I'm off. Nicht faul. Schießt auch und trifft ganz gut. Jawohl. Die hauen alle daneben. Hehe. Jetzt geht er auch in den Nahkampf. Dieser tapferer Barde. Ja. Jetzt redet er mit uns. Wer seid ihr? Ich bin Larith. Okay. Er erzählt, dass er Larith der Schöne ist. Er wollte euch ja geben. Ich offer you the chance of a lifetime. A place, where you can find wealth beyond your wildest dreams and experience the stuff of legend. I can show you to the temple. The temple of elemental evil. I can guide you to an unguarded passage inside. Ja gut, das ist akzeptabel. You must invite me as a follower first. Then, when you are ready to... Shall I guide you now to the temple? Ja, er soll uns zum Tempel führen, aber uns nicht reinlegen. Okay, wir sind hier tatsächlich jetzt irgendwie am Tempel angelangt. Gucken wir auf die Weltkarte. Und da wird uns angezeigt. Die Turmruinen. Hm. Wir kamen von da. Und jetzt gucken wir uns doch hier mal ein bisschen um. Wer ist das denn da überhaupt? Larith! Was machst du hier hier? Oh, great master! Natürlich, natürlich! Bitte lasst mich nicht weiter. Okay, also der fällt oberflächlich drauf rein, betrachtet drauf rein, dass Larith uns ja den Hintereingang zeigen will. Macht er ja eigentlich auch. Aber ich trau der Sache nicht so ganz. Äh, ich gehe jetzt erstmal hier ein bisschen auf Erkundung. Äh, hier ist nix weiter. So, das war's hier schon. Hier ist eine Art Weg und hier ist, ja, in Form einer kleinen Tür, irgendwie der Ausgang aus diesem Gelände. Ja, und das war's eigentlich schon. Denn da ist wieder der Eingang vom Tempel. Der angebliche. Hm, na gut. Dann schauen wir doch mal... Wie das weitergeht. Gehen wir mal hier rein. Gehen wir mal hier? Ja, Sir. Okay. Er ist zwar nervig, aber auch spaßig. Na gut. Wollen wir mal hier gucken, bis wollen wir hier gelangen. Hier scheint Schluss zu sein. Hier ist ein kleiner Durchgang zu einem anderen Bereich. Wir können ja mal gucken, wo wir jetzt sind. Aha. Tempel des Elementaren Bösen. Hier ist also wirklich der echte Tempel. Das hier sind die Turmruinen. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Hier geht es schon gar nicht mehr weiter nach links. Sondern... Wir schleichen uns jetzt an so einem Gemäuer entlang. Hier geht es auch nicht weiter. Da ist nämlich auch ein Eingang links von diesem verschlossenen Kirchenportal. Das war es, glaube ich, hier auf der Seite auch schon fast. Hier waren wir vorhin. Nach rechts geht es nicht weiter. Und hier haben wir wieder... Ja, was ist das eigentlich? Ja, den Eingang sozusagen zu diesem Areal. Umschliessen von einer hohen Mauer. Und hier jetzt tatsächlich... Ach Gott, wo kommt der denn her? Dieser andere Bereich. Vorsicht selber speichern. Hier sind wir ganz am rechten Bereich. Am rechten Rand einer Map. Da kommen wir gar nicht mehr hin. Okay, kann man nur noch hier rüber. Ja, hier ist irgendwas. Aber man kann nicht rein oder so. Okay. Ich glaube, jetzt sind wir hier auch schon wieder fast am Rand angelangt. Ne, geht noch weiter. Aber hier ist jetzt dann endgültig Schluss. Altes, verfallenes Gemäuer. Eine Wand. An der wir uns entlanghangeln können. Aber so richtig auch nicht. Na ja, gut. Okay. Wo waren wir hier? Verfallenes Haus. Da kann man gar nichts machen. Irgendwie. Gehen wir auf die normale Karte. Gucken uns das an. Da war nur dieser Zugang und sonst nichts. Na gut. Tja, jetzt müssen wir ja irgendwie wieder zurück, ne? Hm. Denn wir wollten ja in der alten Festung noch was machen. Dann blitzen wir mal los. Vier Skelette. Okay, versuchen wir die mal. Okay. Ähm. Der. Wo kann der denn hin? Ja. Weg damit. Ähm. Right away. Right away. So. Ist aber unverletzt nicht getroffen. Ähm. Jetzt ist es verletzt. Oh, er trifft sogar. Hervorragend. Und dann. Right away. Will do. Right away. Ein Zweck. Kann der was? Nee, nicht so wirklich. Yes, Sir. Aber die schießen auch schlecht. Komm. Yes. Ein weiteres weg. Yes, Sir. Hm. Er hat sich aber schön gebückt, damit der Pfeil drüber geht. All right. Uiuiui. I'm off. Immerhin verletzt. Yes, Sir. Of course. Jawohl. Hm. Jetzt versammeln wir uns mal. Vielleicht haben die ja was dabei gehabt. Jetzt sucht er mal hier. Ich bin auf. Okay, eins findet er. Yes, Sir. Das hat aber sonst nichts dabei. Okay. Ach so, das war das. Das ist jetzt ein bisschen auf gut Glück. Weil es hier alles im Wasser stattfindet. Nee, da finden wir nix mehr. Wir wandern weiter weg. Ähm, wir wollten hier hin. So, und da sind wir wieder. Okay. Hm. Nein, der kann im Prinzip gar nichts, was wir brauchen. Hm. Nein, der kann im Prinzip gar nichts, was wir brauchen. Wann sind sie ein bisschen weiter weg mal? All right. So. Das war der richtige Startpunkt. Ja, hier. Kann den ja mal abschießen. Schießt die nicht ab, sondern ihr musst es jetzt selber machen. Ja, wo ist los? Alles klar. Dann kann er da draufhauen mal kräftig. Ja, er auch. Oh. Hilfschlag. Of course. Und er wieder. All right. Ob doch. Er kann ja draufhauen. Er haut einfach drauf. Schade. Er schießt. Okay. Er auch. Yes, sir. Jawohl. Er auch. Right away. Und er. Macht'n platt. Jawohl. Wo ist denn die jetzt schon wieder? Die kommen hier immer raus. Yes, sir. Right away. Lass mal die noch ein bisschen schießen. Yes, sir. Yes, sir. Und ist jetzt endlich Schluss? Ja, jetzt ist endlich Schluss. Haben die Ratten eigentlich irgendwas? Of course. Yes, sir. Nee, haben nix. Alles klar. So. Jetzt müssen wir nochmal speichern. Weil. Wir ja da oben noch diese Tür haben, die man hier mit dem Händchen öffnen kann. Jawohl. Und dann stellt sich mal der hier direkt daneben. Neben die Tür. Der Kleriker. Der Kleriker. Irgendwie dahinter. Der Kämpfer. Hier so hinten. Der Barde postiert sich hier. 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 Wo kann er denn mal hin? Er kann ja mal ein Badenlied von vornherein schon anstimmen. Lied des Mutes. Jawohl. Das ist schon mal gut. Und der Kleriker. Nein. Der Kleriker. Guckt mal. Ach, der hat nicht mehr seinen Segen. Na gut. Hilft nichts. Dann. Versuchen wir mal da. Die Aufstellung uns erst mal zu speichern. Und dann die Tür zu öffnen. So. Kann ja noch irgendwas anderes zaubern. Furcht auslesen kann er. Okay. Er. Hat jetzt kein. Kein Segen mehr. Aber er kann. Verfluchen. Okay. So. Vielleicht hilft es ja was. Dann. Stürmt er hier rein? Ach er. Schafft es nicht mehr ganz bis dahin. Hm. Dann kann der ja mal auf den Hauptwand schließen. Mal auf den Hauptwand. Magisches Geschoss. Zwei auf den Hauptwand. Naja. Verletzt. Mehr ist da bisher nicht. Hm. Der duckt sich aber ganz gut. So. Der. Macht mir momentan noch nichts. Der auch nicht. Kann der noch sowas wie verfluchen? Furcht auslösen. All right. Nee. Das geht nicht, weil er die nicht sehen kann. Ich probiere es mal von hier aus. All right. Furcht auslösen. All right. So. Er macht erst mal auch nichts weiter. Da kann er hier was treffen. Ja doch. Den kann er ja anschießen. I'm off. Jetzt darf er. Of course. Aha. Ziel blockiert. Ziel blockiert. Der Hauptmann ist Kampfunfähig. Jawohl. Magisches Geschoss. Magisches Geschoss. Das dürfte ihm den Rest geben. Jawohl. Ups. Er war ja bisher gar nicht so schlecht hier mit seinen Zaubern. Blindheit. All right. Kann er damit irgendjemand erreichen? Ja, den hier. Ja, super. Der. Der. Setz sein magisches Geschoss. Mal ein. Den hat er auch schon geschädigt. Wunderbar. Jetzt kommen sie raus. Natürlich. Kann er noch irgendwas zaubern? Ach nee, ist ja gar kein Zauberer. Das ist ja einer, der einfach draufhauen kann. Zack. Okay. Kampfunfähig. Jawohl. Du hast doch bestimmt noch einen kleinen, netten Zauberer. Blindheit. All right. Hier den. Jawohl. Er ist kampfunfähig. Right away. Okay. Dann will der doch mal jetzt nochmal seinen schönen Schmieren... Schmieren-Zauber. Kann aber leider nicht, ohne dass die eigenen Leute mit ausrutschen. Nein. Doch hier einen Kanon-Zaubern. Ja. Wunderbar. Also. Jetzt. Hat der nochmal freies Feuer auf. Auf wen auch immer. Magische Geschosse. Jawohl. Kampfunfähig. Kampfunfähig. Wir kommen damit klare Schiffe. Sollte er den jetzt erstmal... umhauen. At once. Jawohl. All right. Er ist benommen. Dann wartet der. Der hebt vielleicht sein Zauber auf. Zauber beenden. Okay. Was heißt denn Zauber beenden? Okay. Ja, Sir. Und mal da rüber. Ach. Er hat gar keine mehr. Schade. Okay. So, dann. ist der Zauber tatsächlich noch nicht aufgehoben. Jetzt müssen wir eben alles abwarten. Kann er nochmal hier hinten auf den schießen? Ja, Sir. Aha. Er geht ein bisschen aus dem Weg. Er bleibt. Er geht aus dem Weg. Damit er von dem nicht getroffen werden kann. Und... Und... Die... Die... jawohl warten alle ab und kann es noch mal was ist denn mit ihm hier aber wie das hier weitergeht ob wir ihn hier retten oder blundern überhaupt wie wir den nut nach hause bringen und dergleichen mehr und natürlich unsere stufenaufstiege die machen wir nächstes mal bin jetzt mal raus hier speichern noch mal das spiel beende das spiel sage euch alles gute habt viel spaß bis zum nächsten mal und dann schaut ihr wieder rein und lasst euch überraschen was in der fortsetzung alles passiert also bis dann dann dann